Also Leute, heute ist der 15. Februar und was meint das? Heute das Studium schon begonnen hat. Was kann ich dazu sagen? Es ist mir aber unglaublich, wie schnell der Januar abgelaufen ist. Aber ich habe nicht nur gesessen. Der ganze Monat lernte ich Deutsch. Und denke ich, jetzt habe ich mich etwas verbessert. Weitz Klost. Aber schon für mich nicht so einfach und so leicht, schnell Deutsch zu sprechen. Aber ich bemühe mich. Gestern hatte ich eine Idee. Wie würde es sein, wenn ich zum Beispiel auf Deutsch starte zu filmen? Ich denke, dass es mir unbestimmt helfen muss. Aber sehen Sie das? Schon für mich es ein bisschen schwer ist. Wollte ich sagen, dass ich müsste rennen, um das Bus zu fangen? Oder was? Nie. Niemen. Das Bus zu nehmen. Und darum habe ich nicht filmtechnisch. Sehen Sie das? Jetzt haben Sie dort die Linie. Und dort ist geschrieben, dass es uns verboten ist, dort zu gehen. Ich denke, dass es sich um einige Massnahmen handelt. Und ich möchte auch sagen, dass es jetzt noch für mich ist es ein bisschen schwer, diese abhängigen Sätze zu bilden. Ich meine, wenn wir das Verb an der letzten Stelle spielen müssen. Also, bin ich schon da und sehen Sie, wie sieht das aus. Eine besondere Viertel, würde ich sagen. Jetzt muss ich fünf Minuten geradeaus gehen. Danach muss dort der Fußballplatz sein. Aber, aber, jetzt, jetzt, jetzt ist es so, wie würde ich in sowjetischen Union, ja. Ja, vielleicht, vielleicht, diese Häuser sind ein bisschen besser, aber alles hier ist so grau und so feucht. Heute ist es zehn. Nein, 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 nein. Heute werden zehn Platz. Aber jetzt sind nur zwei Leute. Dort muss der Platz sein. Ich denke, das ist die Ende, die Ende Praxis von Praxis. Ich denke, das ist die Ende. Ich denke, wenn ich aus dem Weg sehe. Ich denke, ich denke, ich gehe jetzt in der Schweiz. Ich würde sagen, ich meine, ich würde es hier in Českisch nicht so sagen. Aber das ist eine Art nicht so schön. Nicht so schön. Nicht so schön. Nicht so schön. Ich würde es sagen, dass ich nicht mehr so gesehen habe, wie ich nichts verärer war. Ja, ihr seht euch. Ich würde mich, wie eine Kostinine, eine Art nicht so schön. Das wäre doch schön, aber das ist... ... das ist... ... das ist... ... aber das ist schon wieder der Ende der Prahe. Also nicht... ... wenn ich hier nicht... ... also da... ... also ich habe noch 30 Minuten... ... 30 Minuten... ... also ich hoffe... ... also ich hoffe... ... und da sind sie da, wenn sie mich nicht mehr... ... sind wir mit einem Schwerpunkt... ... also das ist das Problem... ... ist hier eine Kantein... Also, ich habe Fußball gespielt und jetzt gehe ich in das Wohnheim wieder, darum muss ich dort meine Sache ablegen. Ja, wie die Deutschen sagen, nicht ja, aber ja. Und dort muss ich meine Sache ablegen, denke ich. Und danach habe ich zwei Stunden, ich habe eine Stunde Ökonomie und danach um vier Uhr habe ich Management. Aber was kann ich Ihnen sagen über das Gebäude, über das Sportareal? Oh, wie heißt man das auf Deutsch? Keine Ahnung. Umkleidekabine dort, dort wo, dort war ein Mann und darum wollte ich ihn nicht. Ich weiß nicht, ob es geht, aber es geht nicht mehr, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ob es nicht so gut geht, weil es nicht leicht ist. Aber die Schatten sind da ein bisschen stärker. Das ist mir nicht so gut, dass sie da nicht haben. Also, das ist mir nicht so gut, dass sie nicht so gut sind. Aber ich habe ihn ausgesucht. Also, ich glaube... Ich habe jetzt die Pizze, aber es ist alles gut. Jetzt ist es rund um 10 Grad, also ich habe in Ordnung einen Dekabat, in Ordnung. So, jetzt würde ich mich jetzt auf diese Autobusseite finden. Wie sieht es, wie alles aussieht? Ja würde ich sagen, dass dieser hier ist etwas stärker. Aber das ist ein Wichtigste In der Kartei der Arieal der Jäuropa ist der der modernen Hier ist alles sovjetische Ich würde sagen Es ist ein bisschen ein bisschen Aber es ist alles nicht Es ist gut Wir haben uns da Jetzt gehen wir zurück auf die Kulisse Und ich sage euch, dass ich schnellstiger gehe ich mit dem Autobus. Ich sage euch auch, dass ich mit dem Autobus gehe. Ich gehe mit dem Autobus. 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 Dann geht es mit dem Autobus. Ich gehe mit dem Autobus. Das ist ein Fußball. Aber es ist gut. Es geht sehr gut. Wie sieht hier alles aus? Nicht so schlecht. Nicht so krass. Ich bin mit dem Autobus gefahren. Und jetzt bin ich auf diesen Platz. Der heisst Harje. Ich bin mit dem Autobus gefahren. Jetzt und in zwei Minuten werde ich in der U-Bahn sein. Ich bin mit dem Autobus. Ich bin mitgemacht. Es ist so viel zugeben. Es ist so oft. Einfach nur, dass wir uns die Schlangen haben, die Schlangen haben. Die Schlangen sind für die Schlangen. Die Schlangen sind nicht populär. Wir wissen, dass sie nicht mehr sind. Ich bin noch nie in der Schlangen. Wir sehen uns, wie wir uns sehen. Wir sehen uns. Ich liebe die Ecke. Ich sehe hier. Ich liebe die Ecke.